Die Gabriele fragt, wie kann man nun ein Alpha-Tier erkennen, wenn es nicht unbedingt das lauteste und das größte ist? Sie vermutet, dass das bei Frauen öfter ist. Mag sein, dass es öfter ist, aber es gibt auch Männer, die nicht unbedingt immer auf sich aufmerksam machen. Aber an der Gruppe kannst du es erkennen. Letzte Woche haben wir gesagt, es geht um den Blick. Die Gruppe schaut immer das Alpha-Tier an, sucht immer den Blick. Ein zweites Signal ist, die Körperachsen drehen sich tendenziell mehr zum Alpha hin. Also auch wenn du als Außenstehende dazukommst und du weißt nicht, wer das Alpha ist, schau lieber auf die Gruppe, wo drehen sie sich tendenziell hin und auch die Beine drehen sich meistens Richtung Alpha-Tier.